Moin Leute, was geht ab Eure Ligos wieder am Start? Heute eine Folge von Black Ops 3. Es ist WXP Wochenende in Stellung, da sind wir natürlich mit am Start. Wir sind heute mit der PPSH unterwegs, mit Schnellziehen, Griff, Schaft, Black Cell um ein bisschen abzufucken. Und geile Splittergranate, Kugelsicht, Griffäste, Anzahlung und Kumho. Ich würde sagen, wir suchen einfach mal und wir sehen uns gleich miterst. So, die erste Runde ist in Infection, also Spielspielen Stellung mit der PPSH. Mal gucken, was so geht, hoffentlich, weil die, wie die meisten wissen, in PC, die Lobbys sind nicht mehr das, was die mal waren. Es sind nur noch krasse Schwitzer unterwegs, wie man hier sieht. Wir sind 4,84. Alles klar, ich verfehle meinen Aim, Alter. Alles klar, siehst du, da hat man schon direkt keinen Bock mehr, wenn man so sieht. Guck dir das an! Digga! Du kommst schon nicht mehr aus deinem Spawn raus, sondern kriegst schon direkt aufs Maul. Ne, da sind wir raus. Da hab ich keinen Bock drauf. Also, richtig scheiße ist das. Oh mein Gott, und wir sind wieder in derselben Lobby eingejoint. Und, ist das jetzt dein Ernst? Oh Gott, verpiss dich, Alter. Ah ne, ist ne andere Lobby. Alles klar. Glaub ich mal. Wir gucken einfach, wir spielen jetzt einfach fertig aus. Auch wenn wir, der ist negativ da in dem Angehörigen. Frisst die Granate. Ah, dann stirbt er! Wo ist die Stellung? Unser Aim ist wieder beste. Jawohl. Oh mein Gott! Oh, fast runtergefallen! Alles klar, unser Aim war wieder das beste. Ich glaub meine Maus hat auch wieder Probleme. Alter, ich hab irgendwie Probleme mit meinen USB-Ports. Es kann sein, dass meine Maus mal hängen bleibt oder so. Aber, boah. Kann man nix machen. Okay. Wir kommen von hinten. Was der Schluck! Was der alles geschluckt hat! Habt ihr das gesehen? Digga! Nicht mehr normal, Alter! What the fuck! Die Stellung ist gleich vorbei. Ich hasse Hitzewelle! Ich hasse Hitzewelle! Mann, das ist doch nicht mehr schön, Alter. Wir sind 1 zu 2. Wir gehen hier negativ. Ah! Was soll die Scheiße! Was? Das war ein Headshot, Alter! Das war ein klarer Headshot! Du Arschloch! Alter, nein! Ich hätte ihn noch geboxt, Mann! Ist nicht dein Ernst, Alter! Was ist das für eine Abfahrgrunde hier, ey? Jawoll, ein bisschen geschluggelt hier. Oh! Mann! Ich muss mal eine Granate werfen hier. Schade! Äh! Bitte, bitte, bitte! Nein, nein, nein! Keine Zeit! Keine Zeit dafür! Oh! Digga! Oh! Du dummer Teammate! Dann guck doch rechts! Oh! Bra! Ding, ding, ding! Wir haben einen getroffen! Ich liebe es einfach abzufacken mit den Granaten. Hoffe Granate komplett blind reinwerfen. Und dann hoffen, wenn wir auf Streak sind, Alter! Bam! Hoppa! Hippa! Ich glaube, ich geh dem jetzt eine... Ich weiß gar nicht, was drin ist. Egal, wir nehmen sie einfach. Eine Drohne. Ah! Da war er! Er wollte seine Tests! Er wollte seine Kiste haben! Ah! Hab ich geklaut! Sorry, Dude! Ey, ey, ey! Keine Zeit dafür! Keine... Oh, Leute! Alles klar! Kriegen wir den auch noch? Oh, schade! Ja, den haben wir auch noch. Jo! Keine Gugler! Ja, Moin! A7-7! Naja... Aber ich muss halt wissen, ich bin halt kein Black Ops 3, also COD-Spieler, also schon, aber halt nicht so Hardcore, weil ihr merkt ja auch, ich bin jetzt nicht hier der Weste. AIM ist auch nicht perfekt, also... Aber ich habe Spaß an dem Game und habe mich jetzt auch ein bisschen reingesetzt. Ich habe jetzt Prestige 5 in dem Game hier. Ich habe auch noch nie eine Moab oder Nuklear oder so bekommen. Will ich ja, habe ich aber noch vor. Damit muss ich auch noch ein bisschen mehr trainieren und auch mal mehrere Kids auseinanderkriegen. Aber das ist so ein Ziel von mir, was ich mir gesetzt habe und was ich dann auch irgendwann natürlich erreichen will. Und ähm... Ja... Ach, Digga, ist runtergefallen, what the fuck. Und ja, also... Im Moment habe ich mich ein bisschen mehr reingesteigert. Ich habe auch noch nie Prestige gehabt in einem CLD-Game oder so. Meine KD ist auch nicht beste, weil ich halt noch immer viel zu viel sterbe. Aber... Ich meine, das... Das Game macht einfach Bock. Und... Ja... Vielleicht kann auch noch... Infinite Warfare habe ich auch noch Bock. Also ich habe eigentlich alle CODs. Aber... Es läuft nicht so sehr. Eigentlich... Also ich mache schon klar was falsch. Ja... Vielleicht sind es meine Laufwege, die nicht gut sind. Vielleicht immer durch die Mitte laufe. Oder weil ich immer zu viel pushe. Oder mein Aim ist einfach am A. Ja, das sowieso. Komm her, jetzt komm da raus. Ja, super. Na ja, klar. Weißt du, dann guckst du halt da rein. Oder es ist einfach so, du guckst einfach rechts. Und dann kommt keiner. Und dann guckst du links. Und dann kommt einer bei Arm. Und dann bist du tot. Jawoll. Oh, da war noch einer. Fuck. Hätte draufhalten sollen. Äh, äh, äh. Nee, nee. Da haben wir. Nice. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Stellung umkämpft. Mit? Stellung verloren. Guck, was die alles schlucken. Ich versteh das nicht, ey. Wie können die so viel schlucken? Wo ist diese scheiß Konterdrohne? Alter, Falter. Da hast du hier in dem Haus. Alter. Hey, Hitmarker. Mit der fucking Granate. Alter. Also wir kämpfen jetzt hier ein bisschen. Das ist natürlich keiner, der da unten reinguckt. Ja. Bam. Kampffokus. Nein, da kommt der von da. Siehst du? Das meine ich. Da gehst du hoch. Holst einen. Und dann guckst du runter. Dann ist da keiner. Dann gehst du wieder hoch. Bam, kommt einer. Was ist das so scheiße, Alter? Ja. Ja, in 9.13 sind wir wieder negativ gegangen. Ist jetzt nicht das Beste natürlich von mir. Ähm. Aber es ist halt auch, die Lobbys sind halt auch scheiße. Die sind halt so richtig geschwitzt. Ich weiß nicht. Aber wir sehen uns bei der nächsten Runde. Auf geht's in die zweite Runde. Stellung noch immer. Und Muketown. Ich habe eine neue Punkteserie reingepackt. Ich habe Drohne, Vorräte und Silberus reingepackt. Die Raps haben wir jetzt mal weggenommen. Äh. Die haben wir, ja, schon länger nicht mehr erreicht. Aber egal. Mal gucken, was so geht jetzt. Let's go. So, hoffentlich reißen wir jetzt, weil die erste Stellung ist hier. Alter. Ist alle immer so rum? Ich habe mich gemessen. Oh, hier kommt der von der Seite. Warum kommt da keiner an? Mann. Da ist einer. Oh, Shotgun. Oh, nö. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Alter. Einfach keine Kugel trifft. Eben war wieder mal. On Point, Leute. Jawoll. Alles klar. Da ist mir zu viel Stress da. Ich gehe da von der Seite. Mal gucken, ob wir da einen kriegen. Komm, wir filmen jetzt auch ein Snaken hier. Jawoll. Aim war zwar nicht beste, aber... Guck dir das an, wie der immer drum jumpt. Ey. Weißt du, dann musst du den wirklich lesen können, oder? Ich habe ihn angeschossen. Ey, nein, 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 nein. Jawoll. Nummer eins. So. Okay, der ist wieder da. Nein, der ist noch nicht da. Okay, wir gehen rein. Jawoll. Jawoll. Da hätte man noch... Oh, Junge. Oh, Junge. Oh mein Gott, ja. Ja, ja, ja. Haben wir überlebt, Alter. Nein, du... Scheiß Shotgun, Alter. Oh, ich könnte... Wo ist der? Digga, weiß nicht. Ich gucke die ganze Zeit dahin. Und wenn ich da vorbeigehe, dann ist da keiner mehr da. Ja, what the fuck, Alter. Oh, dann wird mir der Killcharm wieder geklaut, ey. Das ist doch belastend, Alter. Das ist doch belastend, Alter. Zu viele Snipers und so. Oh, wieso... Es trifft mich immer. Es trifft... Die Hellstorm trifft mich immer. Das ist so belastend, ey. Oh, bitte. Woop. Jau, Jau, Jau. Double Kill. Läuft bei uns. Ja, das war scheiße über uns. Entweder läuft oder läuft es nicht. Ich versteh nicht, warum die so viel schlucken, ne? Das ist unglaublich. Alle wahrscheinlich kugeln sich ihre Weste an. Ja, moin, wo gehst du hin? Dich nehmen wir mit. Hallo! Habt ihr das gesehen? Alter! Ein ganzes Magazin hab ich dafür abgeballert. Ne, warte. Gerade nicht raus. Jetzt. Hopp. Oh, schade. Aaaaah! Firebreaker! Warte, geht. 10, 15. Wir müssen jetzt ein bisschen ranhalten. Guck mal, was er wieder schluckt, Alter! Ist doch nicht... Ist doch unmenschlich, Alter. Yo, da häng ich da in der fucking Mauer, Mann. Was soll die Scheiß? Warte. Ich check's nicht, warum die alle so viel schlucken können. Ohne, ich bin einem Schuss down! Nicht mal Headshots und sowas, weißt du? Ist doch scheiße sowas, Digga. Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Huh denn? Huh denn? Schreck! Guck, du verpiss dich, Alter! Oh, dann hat der schon wieder... Alter! Junge, verpiss dich mit dener scheiß Blächse, Alter! Dicke, 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 dicke Ja, ja Dicke, dann geh doch drauf Geh weg mit deiner Drecks-Cap Scheiß-Sniper, mach mit deiner Shotgun, Alter Dicke, ich hab da keinen Bock mehr drauf Ist mir zu viel, Alter Ist mir zu viele Snipers Ja, wo ist der denn? Hallo, erstmal Ja, du Drecks Guck Alter Ja, guck Ich hab ihn doch vorher schon angeschossen Einfach zu viele Hitmarkers, Alter Es kotzt mich an, jawohl Oh mein Gott, da wieder so ein scheiß Drecks-Sniper Da war er mit Thermal unterwegs Ja, moin Frisst du nicht so viel, Alter? Psst Gut, machen wir noch eine Runde Oder Boah, ich weiß nicht Also heute war wirklich Scheiße, war das einfach heute Einfach Hitmarker über Hitmarker Ich weiß nicht, Alter Das war richtig schlecht Das war richtig belastend heute Ähm Ja Nicht so dolle Also für mich war das das heute Erregt mich jetzt schon auf, Alter Ich glaub ich Mach mal was anderes danach Irgendwas aufnehmen, was lustig ist Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Schausen haut rein Bis zum nächsten Mal Tschüss